ach so der kann nur sprayen, der kann nicht, das ist ein Shitter ja, guck, da ist der Sprayer sind beide kacke hat sich oh, schiung ist eben bach da, guck da Guck dir die an, Digger. Ey, der ist so schlecht, Digger. Scheiße. Ey, wir boxen uns, wir boxen uns, wir boxen uns ein. Wir springen nur zurück. Der Ghoul Trooper ist so kacke, Digger. F2, mich trotzdem. Ja, nee, ich schwöre, ich habe noch nicht so schlechte Gegner gehabt, Digger. Stark. Du bist tot. Ah, nee, ich schaff's nicht. Du bist ein Macher. Du bist tot, Digger. Ich schwöre, die sind so schlecht, Alter. Ich habe noch nie so schlechte Gegner gehabt. Vor allen Dingen der Ghoul, Digger. Er gibt mir nur Lucky Pumps. Und die Pumpe ist auch scheiße, Digger. So ein Trash. Nein. Ah, nein, wir sind alle bei 2 Reingegangen. Ja, jetzt werde ich Headshot-Snipe, Digger, weil ich AFK war. Ey, 2 pushen mich. Eine 70. Komm, hol uns die, die Leberin. Die blaue Leberin, hol uns die. Guck mal, die können nur Sprayen, Digger. Die haben saved 200.000 Arena-Punkte, weil sie nur Sprayen können. Guck mal, die können nur Sprayen, Digger. Die Regener brauchst du auf, die werden spielen so scheiße. Jetzt wollen wir freier Platz. Aha. Wir müssen jetzt gewinnen. Ich gehe auf Nahkampf jetzt. Fernkampf werden wir nicht gewinnen, Jungs. Hey, meine Fresse, Digger. Das war so, wo mit dem Dreierkopf. Ich möchte den Dreierkopf, Clutch. Der Dreierkopf, eben auf Nahkampf, Digger. Das ist so schlicht. Ja, das ist so schlicht. Aber er ist wirklich so lecker. Ja, ja. Ich habe den noch. Ja, ich habe den Punkt. halt mal egal das müssen wir nicht tausendmal sagen das sind einfach dummen noten die nix können hat er mich hat das so ab wie spielen die junge ich weiß jetzt wie es geht ich weiß wie wir feiten ja wir müssen auf nahkampf gehen jungs wir müssen auf nahkampf gehen hier geht ihr geht auf mitkampf und da ficken die durch weiß ich freien immer richtig in die gegner reingehen weil die können damit nicht umgehen du hast keine 200 leben also wirklich dass wir gegen solchen loser verlieren digga steht 60 gegen loser digga gegen die leute die ihre eigene mutter ficken nur weil sie keine jungfrau sein wollen ja wo bist du man kann nicht gegen gut okay habe ich nein lass noch die letzten zwei runden ja der kann nur das rennen der ist ein schitter selbst eine mom schämt sich für ihn digga also no joke kr accus年 deine ja oder wenn das im doch im la 41 lim Digga, warum meine Pfamm schießt nicht? Und jetzt habe ich auch noch die schlechteste AR von allen, die man bekommen kann, also Wir müssen, wenn wir die Runde verlieren, Digga, dann spielen wir so fette Arena, ich kann mir das nicht weitergeben. Fick ihn, Spray! Du meine Kette, Digga. Muss auch einfach mal die MP rausholen, Digga. Ich habe keine MP, Digga, um in der Erde diesmal mehr, Digga. Du bist so fiel, das ist so fiel, die in der Erde, die in der Erde, die in der Erde Digga, weil es sich baut Komm, die letzte Runde noch Ne, wir lieben Oder warte, komm Ey, Bro, ich check nicht Die haben das beste Aim Wir kommen jetzt Ne, Digga, die sind so schlecht Und die holen mich die ganze Zeit Ey, ich krieg da so Einen Anfall Ich kriege die Spiderman-Aktors Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab den auch Er ist neu, aber ich mein, ich hab den auf den anderen Nein, also ich hab den So, weiß nicht Jetzt ein halbes Jahr oder so Okay, Dissens, gut, ja? Und bei was denn? 2-3 und bearbeiten 2-2 Ja Spiel zu linear oder was für zu Also spiel zu exponentiell It's more Hm, grad wird Fortnite mieser ab, aber auch nur wenigen Degnern Weiß nicht Ich glaub, äh, 24 Äh, 24 und 27 Ja, du spielst gar nicht fortgeschritten Oh, Digger Oh, Digger Digger, nee, kannst du auch noch reden Digger, ich hab grad so ein Badping und alles fickt mein Kopf gerade, Digger Ja, nix funktioniert Ich glaub, ich schwör gleich wen, Alter Licht, Energie, Glück und Erfolg für dein FIFA-Pack Um, Ram, Schrein, 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 Namaha Truck ready Truck jetzt So, dann komm Mein Handy ist auch nur Alle Leer, kein Akku So Okay 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 Ah. ne quirl dich wieder nicht ich bin grad ein wenig gebrochen ich auch nicht nur ein wenig Digga also ich kann grad ich kann mir selbst grad so die Kehle durchschneiden Digga um gottes was machen du hier pass auf sag er ist nicht gebrochen Digga ja Bro ja Bro er ist worden schakalaka ich hab keine Mets Digga ich mach keinen Bock mehr Alter wir landen jetzt so defensiv da sind größten Loops die uns holen Digga wir sollten uns schämen Digga wir sollten ins Bett gehen und heulen Alter nein bist du nicht nein Digga Guck mal, ich spiel jetzt noch eine Runde und wenn wir nicht aufgewärmt sind, dann spielen wir bis an, wo's Achso, denkst du, die Gegner haben dann Angst? Mach doch jetzt eine scheiß Sweater-Kombo, Junge Ach, Digga, ich schlaf Ja Können passieren Ok Hey, Renas Wie lange musst du aussetzen? Wegen deiner Verletzung Der neunzehnte Ja Ja In elf Tagen Hey, ich auch Also ich bin viel besser geworden als Bevor ich gekommen bin, war ich noch nicht so gut wie jetzt Oha, wie toxisch du das sagst Ja, so hast du gesagt Hättest du dir ein bisschen supporten können oder so Ja, aber Hast mir ja nicht damit zugestimmt Ja, krass, wir landen richtig dort und sind Ja, ja, wir probieren's auch mal Ich kann einfach nicht, dieser Ort ist Liebe Ich liebe Ja, okay, das ist ehrlich zu sein Ja, wir finden keinen Gegner Und dann auf einmal finden wir Gegner, die uns komplett in den Arsch schicksen Wiener stand nicht da oben, da landet gerade jemand Ohne, da landet doch keiner Ja, ja, ne, 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 shit Shame on you, Spaß Ich bahble durch, so doll, ca pa Und soll meine Mom sich schämen э um ich will die verliebte kreiert nur und 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 wir sind zwei okay okay das war okay ich habe getötet zwei leute warte ich logge ihn mit dir 10er psn linus evan kommt die 10er psn grösser okay er ist offen ich erwarte das nach er er ist nikita er dachte du wärst auch ein kurde verheiratet wohin und ist da haben ein deutscher er sei rasch jahren groß hey du bist vor der jungen da kurz nationalität vergessen Naja, ist schon sympathischer der Renas Ich bin das nicht sympathischer Angewächsinn ich dachte ich bin ehrenmann ja aber du willst ja nicht von mir nehmen jungs neben mir jungs neben mir ich wollte es ja schon bei trainers ja schon pad über die land da macht kaputt lang geht drauf bist du behindert nein geht drauf habe ich gesagt du bist so ein vogel damit wir schon nicht gehen aber renner bitte sei leise war eine gute runde war eine gute runde wir haben ziemlich gut gemacht hey du bist schon zuhause lan hä ok dann wärm dich mal auf mhm viel spaß beste warm-up ja 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 die Kälfte wo auch immer werden die Geräte ja ja ich bin ein kurses flotter ich bin schon gut Hey Jungs, ich habe drei oder vier Tage meinen Adventskalender nicht geöffnet Wir öffnen den jetzt zusammen, ja Sipi Minus, nein lass nach der Runde, ich habe zehn Tage von meinem Adventskalender nicht mehr geöffnet oder so Hey, der ist von meiner Mutter gemacht, ja Nee, nee Nein, meine Mutter hat Kameka unter uns zusammengebaut Pfff, wahrscheinlich Ja, wäre auch Heide Yalla Heide Yalla Man könnte schon denken, ob ich in Kode bin oder so, ne? Ich auch Ja, ich bin auf Ghana eigentlich Ich gehöre zur Familie, sagst du? Ja 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 Ich sanfje ich habe Angst vor Gott Oh mein Gott Hinter dir kommt einer, pick up, pick up ich habe einfach schon das Tüchen zertiere auf und ich habe geil entlang und ich habe einfach schon das Tüchen er hat einen Ich habe einfach schon das Türchen vom nächsten Tag geöffnet. Das ist ehrenlos. Noch ready. Alter, ne Frasse, was gibt's? Ja, was willst du? Weißt du noch, Insta-Bild? Hab ich gerade mit dir geredet, nein, halt die Fresse hier jetzt. Ja, es hat 21,5 Euro. Hm, was gibt's? Du spielst nicht fortgeschritten, du kannst gar nicht meinen innehmen. 1,9 und 1,2. Ich hab's gesagt, 1,9 und... Und 2 und 2. Nee, deine Oma. 1,9 und 2. 2,0. 1,9 und 2. 2,0. Wien ist sowieso schon markem... ...kann er kann mithellend sein." Ja. Achso. In welcher wenn wir hier bleiben? Nee, nenn noch ein oder nimmt er Armut wie er ist Armut verteilt, ok Oha ich hab nicht Ich hab mir so ein Dings reingedrückt, ne? Ich hab mir so ein Dings reingedrückt Ich hab mir so ein Dings reingedrückt Ja Alex? Ich hab mir so ein Dings reingedrückt Ich hab mir so ein Dings reingedrückt das ist ... Ich hab mir so ein Dings reinges Das ist ein Dings reinges Da ein Papa aus dem Hungkohmsund nicht mehr als durch mich mögen jetzt ist er halt die fressen junge du mit doch gerade konzentriere ich jetzt das aufwärmen ja doch ja 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 What's the point? Duh-la Oh angerufen meine mom tödlich Jaja genau wenn wir es nochmal machen sind wir wirklich aus der Mannschaft Ich brauche Hilfe Ja ich hab letztens kann nichts machen Was? Ja aber es war auch wegen was anderem Also nicht nur wegen der Gruppe, dass ich rausgeflogen bin Warum denn? Also ich weiß es Was? Welche Wörter denn? Ich weiß es nicht Nein nicht deswegen Ich weiß es nicht wie ich rausgeflogen bin Ich weiß es nicht wie ich rausgeflogen bin Ich weiß es nicht wie ich rausgeflogen bin Ich weiß es nicht wie 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 rausgeflogen bin Ich weiß nichtkmale Ich weiß nicht Nej Ich weiß nicht Ob Messios Ja, was gibt's? Nee. Wir zocken mit Nick halt, wir zocken jetzt dritte in dich. Ihr müsst euch hier jetzt nicht beleidigen, Digga, ganz ehrlich. Okay. Nick? Hmm Here we go again, würde ich mal sagen It's right Ja Doch Und wieder Ja 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 Ö Sämm 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 Was? Du hast Freunde, die sind richtig krass. Was? Lass dir mal Party ein. Das kann nicht geben. Was ist das? Nichts. Kannst du mir gehen? Wieso habe ich denn die ganze Zeit so viele Lecks, Digga? Digga, ich auch nicht. Ich chill den Baum. Ja, ist süß. Digga, Rinas heute war wieder Beef mit dir, Mensch. Das ist so ein Dulli, ne? Ich schwöre, ich habe so Bock aufs Abendbrot. Ich habe auch so lange keinen Sport mehr gemacht, Digga. Also außerhalb außen gewesen und ein bisschen Fußball gespielt. Ja, okay. Dann muss ich Workout schreden. Ich bin draußen. 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 Ja! Schatz Schatz Ja, ich seh sie. Die beiden, Digger, wie dumme Muschis. Hier ist Schampert. Snick. Hm. Brauchen wir deine Hilfe. Ja, Digger, ich kann dir nicht mehr helfen. Na cool, Digger. Was soll ich machen, Alter? Ja, du bist im Busch, ey. Ja, Digger, die ganze Zeit nichts nix. Jetzt nicht keiner lebt, Digger, natürlich. Ich bin froh, ich bin froh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.